Guten Abend miteinander. Immer wieder neue Produkte ins Sortiment aufnehmen oder selber neue Produkte entwickeln, das gehört unter anderem zu den vielen Leistungen von Coop. Gerade jetzt finden Sie bei Coop wieder zwei Angebote, die Ihnen ein echtes Neuheitenerlebnis vermitteln können. Mezzo, mezzo heisst zum Beispiel eine neue Mischung, die von den Kaffeespezialisten bei Coop zusammengestellt, ausprobiert und für gut befunden worden ist. Mezzo, mezzo ist ein Kaffee aus hochwertigen Arabica-Sorten mit einem kräftigen, vollen Aroma. Das Neue allerdings an diesem Kaffee ist, dass er 50% weniger Koffein enthaltet als vergleichbare Sorten. Wenn Sie also zu denen gehören, die ein bisschen weniger Kaffee trinken sollten, auf den Hochgenuss aber nicht verzichten wollen, gibt es für Sie nur eines. Umsteigen auf mezzo, mezzo. Die zweite Coop-Neuheit, die wir Ihnen heute vorstellen möchten, kommt aus der Molkerei und ist ideal für alle, die auf die schlanke Linie schauen. Fit ist ein neuer Brotaufstrich, welches ihn bis jetzt in der Schweiz noch nicht gegeben hat. Frisch und herrlich im Geschmack. Weil Fit im Becher abgefüllt ist, kann man ihn immer wieder gut versorgen und der Inhalt bleibt frisch und appetitlich. Wenn Sie also die Schnitte gerne wollen, ohne schrägen Blick in den Spiegel geniessen und gleich nicht auf den feinen Geschmack verzichten, dann gibt es für Sie nur eines. Umsteigen auf Fit und Fit bleiben. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch ein paar interessante Angebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Coop Kaffee Jubilor, zwei Packen auf 500 Gramm, Wack verpackt, statt 13,40 nur 9,90. Und nur morgen übermorgen und am Samstag eine Packung an 10 Schweizer Eier Klasse A, statt 4,50 nur 53. Ausländische Nektarinen, das Kilo nur 1,70. Zum Schluss noch ein interessanter Preisabschlag. Ein Becher an 250 Gramm Bonjour Fit Minarine kostet nur 1,10. Auf Wiedersehen. Okay.